und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge let's play skyrim ich habe drei neue bücher und zwar sind es alphabetisch gesehen die letzten bücher so gesehen und zwar gibt es ja noch es gab ja über die tweemar band 1 2 3 und jetzt gibt es noch zwerge 1 2 3 was im endeffekt genau das gleiche ist also ich hoffe nicht dass genau das gleiche drin steht das wird aber auch nicht der fall sein weil sonst wäre das ja ziemlich just ist die bücher habe ich mir so gesehen na ja gecheatet an für sich ich habe es mir seit über die konsole hergeholt ach so dass wir gar nicht was ist der auch das ist eine decke gut das seht ihr nicht egal auf jeden fall wie gesagt es ist einfach zeitverschwendung meistens muss man einfach fairerweise sagen und so erspare ich mir und auch euch ätzende folgen wo wir nur nach büchern suchen beziehungsweise auch so außerhalb der folgen mir die zeit und ich denke das tut uns ein gut so zwerge das verlorene volk von tamri band 1 architekt und konstruktionen das hört sich nicht gut anders hört es nämlich genauso an wie das was wir schon gelesen haben von kai zemo gelehrter von mark hat okay es fängt schon mal anders an ich jetzt nur noch kurz gucken ob das der gleiche geschrieben hat okay ach so einen moment architektur und zivilisation konstruktionen naja gut okay ist doch nicht genau das gleiche ist doch anders okay lasst mich damit beginnen ein häufiges missverständnis zu korrigieren die richtige bezeichnung des alten verlorenen volkes von tamri lautet wie ich mal übersetzt laut dieser begriff in der gemeinsamen sprache etwa folgt der tiefe und er wurde weitgehend durch die gängigere benennung zwerge verdrängt ich möchte darauf hinweisen dass ich für meine leserschaften diesen büchern anstelle des exakteren begriffs den namen zwerge verwendet da ich wohl davon ausgehen kann dass sie nicht über das tiefe wissen verfügt dass ich mir in 200 jahren des studiums angeeignet habe what the fact über 200 jahre lang studiert naja gut 200 jahre lang die zwerge dann dieser kleine punkt geklärt wäre wollen wir unsere betrachtungen über die zwerge damit beginnen uns auf die unbestrittenen artefakte zu konzentrieren die sie hinterlassen haben ihre architektonischen und kulturen errungenschaften anders heißt die strittigeren reiche bereicherte zwergenstudien ist die bauweise von zwergenstätten und relikten gut dokumentiert dank der reichlichen beispiele aus den ruinen die dieses volk zurückgelassen hat meine eigene heimatstadt markart ursprünglich eine solche ruine und ich kann aus erster hand bestätigen dass alle zwergenkonstruktionen eine gemeinsame einige gemeinsame grundprinzipien besitzt anhand derer wir echte artefakte von gefälschten unterscheiden und muster und methoden beschreiben können die für ihre handwerker wichtig waren zunächst können wir mit sicherheit sagen dass zwergenhandwerker am liebsten mit steinarbeiten arbeiteten jedenfalls was bauwerke betraf das ist keine überraschung mit einigen bemerkenswerten ausnahmen befindet sich die überwiegende mehrheit der zwergenarchitektur unter der erde oder wurde aus den bergen herausgebaut es ist möglich wenn auch nur theoretisch dass die zwerge als volk schon recht früh steinmetzarbeiten meisterten und spätere metallarbeiten zu viel früher entstandenen entstandenen steinkonstruktionen hinzugefügt wurden dass die zwerge schließlich die handhabung komplexerer werkzeuge erlernten dennoch besteht das fundament aller bekannten zwergenruinen aus steinarbeiten und die struktur zwergischer mauerwerk ist in ihrer art klar und rissenkantig und mathematisch exakt schon auf den ersten blick gibt es hunderte wenn ich tausende von beispielen zwergische bauwerke die aus präzisen rechteckformen bestehen und weit weniger beispiele für dezent abgerunderte oder gewölbte steinarbeiten so dass wir zu dem schluss kommen dass die frühen zwerge sich lieber auf bewährte gut berechnete entwürfe verließen die auf rechtwinkligen linien beruhten als auf die riskanteren ungenaueren berechnungen für bögen und wölbungen diese vergleichsweise einfache tradition der steinbearbeitung hat dessen ungeachtet zu bauwerken geführt deren bau substanz heute noch ebenso solide ist wie vor tausenden von jahren was die arbeiten unserer geschicktesten maurer von heute im vergleich dazu wie die arbeit von kindern aussehen lässt metallarbeiten sind soweit wir wissen die primäre methode die bei der fertigung fast aller handwerksarbeiten der zwerge verwendet wurde wir können jedoch nicht ausschließen dass die zwerge auch leichter zerstörbare materialien wie ton papier und glas verarbeitet haben doch angesichts der neigung der zwerge eher langlebigen als zerbrechlicheren gebilden von vorzug zu geben er den vorzug zu geben können wir mit einiger sicherheit davon ausgehen das mit teil zumindest stark bevorzugt wurde und das in allen bislang entdeckten zwergen relikten verwendete metals für ihre kultur einzigartig kein anderes volk hat bislang das verfahren prä produzieren können nachdem das zwergen metall erzeugt wurde auch wenn dieses leicht mit bronze verwechselt werden kann tatsächlich verwenden viele schmiede von zwergen materialien bronze für ihre gefälschen kopien es ist ohne jeden zweifel eine ganz eigene metall art ich habe selbst gesehen wie metallurgen versuchten mehrere verschiedene art von steil wo sie gewöhnliche sowie gewöhnliche und seltene ärzte miteinander zu kombinieren um die exklusiven eigenschaften von zwergen metall zu erhalten aber die einzige methode die bislang erfolgreich war bestand daran bestanden metall schrott der zwerge einzuschmelzen und zu verarbeiten der so stellt man sie auch her oder wir haben nochmal über die thema band 1 random das verlorene volk von tamri waffen rüstungen und maschinen bei unseren früheren betrachtungen zu den zwergen oder thema in der korrekten wissenschaftlichen terminologie haben wir uns mit den besonderheiten der zwergen architektur und metallarbeitung metallverarbeitung befasst in diesen weiteren betrachtungen zu tamri es verlorenen volk untersuchen wir die art und weise wie die zwerge krieg führten und unbeflugte fern hielten anders als viele andere kulturen die heute noch existieren bauten und verließen sich die zwerge bei den unterschiedlichsten kriegerischen aufgaben immer kompliziertere verließen sich die zwerge bei unterschiedlichen kriegerischen aufgaben immer kompliziertere maschinen ja keine ahnung was ich mich da jetzt vertan habe waffen und rüstungen die allein dazu gefertigt wurden von zwergenkriegern benutzt zu werden weisen deutlich weniger fortschritte auf die über die grundentwürfe hinausgehen beginnen wir mit der analyse dieser elementaren waffen und rüstungen jeder der einmal eine zwergenachse in der hand gehalten hat oder einen zwergenhelm getragen hat kann die uralte immer während der qualität der handwerkskunst der zwerge bestätigen die waffen weichen nicht allzu stark von ihrer grundfunktion ab zwergenschwerter durchdringen leichte rüstungen mit unglaublicher effektivität aus vor allem an der bemerkenswerten stärke des gehärteten zwergenmetalls und in weit geringerem maß an ihrer einfachen zweischneidigen ausführung liegt wenn man einen scharfen geradlinigen zwergen durch mit einer geschwungenen elfenklinge vergleicht kommt man schnell zu dem schluss dass die waffenschmiede der zwerge sich zunächst fast ausschließlich auf die fertigung qualitativ hochwertiger materialien verließen und dass für die form dieser materialien nur die art und weise maßgeblich war wie die waffe jemanden töten sollte wenn die kultur die fast nur unterschiedlich baute ist es nicht überraschend dass zwergenrüstungen so gefertigt wurden dass sie unglaublich heftige stöße aushalten konnten können widerlegt die tatsache dass sie auch nicht von fein oder kleinen klingen durchbohren durchdrungen werden können eher zeugnis von einer überlegenen metallkunde der zwerge ab als von ihrer überlegenen rüstungsschmiedekunst aber es wäre falsch daraus zu schließen dass zwergenschmiede die fertigung ihrer waffen und rüstungen nicht sehr ernst genommen hätten jedes verwaffengängig schmiedete stück das ich je gesehen habe zeigt den ebenso bemerkenswerten reichtum an unnötigen details und eine personalisierung wie auch heute bei den passioniertesten schmieden zu sehen ist ein zwergenschmied entstand wahrscheinlich einer langen linie von schmieden die sich beispielsweise dadurch von anderen unterscheiden konnte wie sich der griff eines streitkolbens anfühlte oder eine ausführung der spitzen einzelner pfeile allerdings ist das aufgrund des mangels und kulturien artefakten außer waffen oder rüstungen reine spekulation die letzte aber wahrscheinlich wichtigste betrachtung in diesem band geht der existenz der zwergenmaschinen zwergen haben in sehr großem ausmaß tausende mechanische apparate unterschiedlicher komplexität entworfen und angefertigt der einfache von ihnen der einfachste von ihnen ist das standard arachniden modell das verwendet wurde um unbefugte fernzuhalten bislang wissen wir nicht wie die zwerge diesen bemerkenswert intelligenten maschinen leben eingehaucht haben aber ich habe beobachtet wie eine wie eine einen hoch trainierten dieb mehrere stunden lang heimlich verfolgte um ihn dann anzugreifen als er sich an dem schloss zu einem raum oder einem schatz zu schaffen machte ich gebe zu dass ich weitere details von dem punkt an vergessen habe an dem sie begannen blitze auf ihn zu spucken zwergische militärmaschinen reichen zudem von dem sphären krieger in menschlicher größe den form einer harmlosen kugel durch das innerer von ruinen patrouilliert und sich dann in einen vollbewaffneten gerüsteten maschinen krieger zu verfahren bis hin zu dem mit gutem grund gefürchteten centurio dessen höhe des doppelte bis mehrmals hundertfache der menschlichen größe beträgt je nachdem welchen bericht man glauben schenken will ich würde sagen das dreifache das menschen maximal dreifach zwei bis dreifach als verlorener volk von damier band 3 kultur und geschichte in diesem letzten band unserer betrachtungen zu den zwergen auch hier wieder der verweis auf den begriff wemer für referenzen den wissenschaftlicheren namen verwenden wollen wir versuchen die spezielle kultur und die geschichte von damieres verlorenem volk zu untersuchen zuvor jedoch ein wort der warnung trotz allem was gewisse akademische kreise gern glauben machen möchten gibt es keine hinweise die behauptungen hinsichtlich spezieller sitten der moral der mythen legenden gesetze oder regierungssysteme der zwerge oder ihre beteiligung an wichtigen historischen ereignissen untermauern mit ausnahme jener wenigen beispiele die unbestreitbar bleiben wenn wir beispielsweise mit absoluter sicherheit sagen können dass das verschwinden des gesamten zwergenvolkes sehr plötzlich erfolgte wurde nur der fäuste er würde nur der fäuste nachwuchsgelehrte behaupten dass ich dieses ereignis innerhalb eines tages sogar einer stunde zudruck es gibt einfach keine beweise welche die theorie entkräften dass die zwerge womöglich allmählich im laufe mehrere jahre oder sogar jahrzehnte aus haben wir verschwanden es gibt auch nichts was bewiesen dass das verschwinden durch etwas anderes verursacht worden sein könnte es durch massensterben plagen magische verseuchung im slungen der experimente mit der magischen ebene von ätherius oder gar volksweite teleportation auf eine oder auf einer der ebenen des reiches des vergessens die zwerge haben einfach zu wenig zurückgelassen dass erkenntnisse wie sie so plötzlich verschwinden konnten und das gilt auch für alle aspekte ihrer sozialen struktur und geschichte was wir wissen kann also nur von den aufzeichnungen der anderen völker abgeleitet werden die mit den zwergen in kontakt kam bevor diese tamria verließen die dunkle elfen dunmehr lernen beispielsweise dass ihre groß dass ihr großer prophet nere war einen erst in der ersten ära half die zwerge und die elfe in morrowind gegen die einfallenden nordarmeen aus himmelsrand zu einen draufzeichnungen der nord und orks lassen zudem darauf schließen dass die zwerge damals zu verschiedenen zeiten und in diversen legenden legendären kämpfen auch mit ihnen verbündet waren leider werden keine der legenden und überlieferungen anstrengungen unternommen die zwerge eingehend zu beschreiben erwähnt wird nur dass sie ein verschlossenes volk waren und ein bündnis mit ihnen ungewöhnlich genug war um eine geschichte darüber zu erzählen und nach der ersten ära verzeichnet kein volk mehr eine begegnung mit lebenden zwergen zur verwirrung trägt zudem die tatsache bei dass so viele der aufzeichnungen der dunkel elfen über ihre beziehung zu den zwergen während der tragischen ausbrüche von wadenfell bei der oblivion krise vor fast 200 jahren verloren gingen die geheimnisse diese möglicherweise über das verlorene folge enthüllt hätten liegen nun neben zahlreichen unglücklichen dunkel elfen unter ihre vielen schichten geschmolzener erde begraben daher schließen wir unsere betrachtungen über die zwerge mit einer etwas ernüchternden anmerkungen er anmerkung über einen wissenschaftlichen bemühungen bleiben uns mehr fragen als antworten und der beweis nachdem wir so verzweifelt suchen liegt häufig außerhalb unserer reichweite und bleibt selbst unseren eifrigsten bemühungen untersagt mit den geheimnissen die die zwerge und zurückgelassen haben könnte ich mich gewiss mindestens ein weiteres jahrhundert lang beschäftigen und recht wahrscheinlich wird es sogar mehrere jahrtausende der ausgrabung auch nur einen einzigen zwergen auch nur eine einzige zwergeruine nicht reichen um ein vollständiges bild von ihnen zu zeichnen doch was wir aus unserem fadenscheinigen flickenteppich zwergische artefakte erkennen können ist eine sorgsame intelligente fleißige und hochentwickelte kultur von der wir nur hoffen könnten dass wir ihre geheimnisse studierende und lehrer ihre werke eines tages aufdecken werden können auch das war's denn das war wenig leider ich habe mir jetzt übrigens überlegt na gut hier vielleicht nicht nehmen wir das hier mit dass ich die bücher die hier so nicht ins regal stehe weil sie sonst wieder ach so bei nein es ist ja egal ich kann sie schon ins regal stellen die feine nicht um das haben wir herausgefunden das heißt zack 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 feines natürlich um genau aber das kann man er ändern und dann können wir noch hier der bettler prinz glaube ich war das oder nene irgendwas mit die noch die bettung genau die bettung habe ich nachgeguckt hat keinen folgeband das heißt den können wir jetzt schnell lesen und wenn es länger dauert dann halt nächstes mal fertig lesen ach so das ganz oben da liebt der tugend für fassungen bekannt ich erzähle nun die geschichte vom dieb der tugend im lande hammerfall in der stadt such lebte ein reich wohl recht wohlhabender baron dieser war ein bekannter sammler von seltener münzen die baronin veronique fand das ganze recht langweilig jedoch schätze sie den lebensstil den ihr der reichtum des barons bescherte rabius terinus war ein bekannter dieb er behauptete meister dieb in der mythischen diebeskilde zu sein dies war jedoch vermutlich nichts als prallerei die einzige bekannte diebeskilde wurde vor mehr als 450 jahren ausradiert rabius beschloss dass der baron sein reichtum teilen sollte genauer gesagt sollte er ihn mit rabius teilen eines nachts schlicht sich der gerissene dieb entschloss des barons mit der absicht eben dafür zu sorgen die mauern des schlosses waren für ihre höhe bekannt und es hieß dass man können sie nicht erklettern rabius verwendete schlauerweise ein pfeil des durchdringens um ein sei oben an den zinnen zu besteht zu befestigen um auf der brustwehr musste er sich vor den wachen des barons verbergen dazu hielt er sich im schatten der zinnen versteckt und stahl sich auf diese weise unentdeckten schloss das schloss zu betreten war für ein dieb seines kalibers ein kinderspiel jedoch schützte ein raffiniertes schloss mit nicht weniger als 13 stiften die priaten gemächer des barons rabius brauchte nur neun dietrich um es zu öffnen nur mit einer gabel einem stück schnur und einem weinstoch ausgerüsteten überlistete er die sieben fallen welche die münz sammlung des barons schützten rabius war wahrlich ein meister unter den dieben mit den münzen sicher in seiner hand begann rabius die flucht auch der weg war inzwischen versperrt der baron hatte die geöffnete tür entdeckt und die wache alarmiert die nun das schloss durchkämmte rabius flot tief ins schloss hinein den suchenden wachen immer einen schritt voraus ich dachte mir schon dass der irgendwas mit der frau zu tun hat weil die das schon so erwähnt haben dass wieder irgendwas unmoralisches passieren wird der einzige fluchtweg wobei diebstahl auch unmoralisches der einzige fluchtweg führte durch das schlafgemache der baronin veronik als er eintrat fand er die dame vor die gerade zu bett gehen wollte nun sollte sie nun sollte an diesem punkt erwähnt werden dass rabius für sein gutes aussehen bekannt war während die baronin eher hässlich war beide tatsachen wurden von jener partei sofort erkannt kommt ihr etwa um mich meiner tugend zu berauben fragte die dame am ganzen körper zittern nein heute dame sagte rabius schnell schalten berauben wäre ein zu grober begriff um ihn auf eine so feine blume wie eure tugend anzuwenden wie ich sehe macht ihr euch mit den wertvollen münzen meines gemeister von rabius blickte ja tief in die augen und erkannte den einzigen weg durch den er in dieser nacht mit dem leben davon kommen würde er würde ein doppeltes opfer bringen müssen obwohl diese münzen von so seltenem wert der poppt jetzt damit sie die schnauze hält alter von sehr hohem wert sind habe ich nun eine kostbarkeit entdeckt die unschätzbar ist sagte rabius eigler doch sagt schöne frau warum stellt euer mann sieben tödliche feine um diese albernen münzen auf bringt aber natürlich seiner tugendhaften vor allem ein ganz gewöhnliches schloss an igna schützt eben das was er am liebsten hat antwortete veronique zornig ich würde alles gold in meinem besitz dafür geben mich auch mal einen augenblick in ganz eurer schönen zornen zu dürfen mit diesen worten legte rabius die münzen nieder die er sich sofort so hart erkämpft hatte die baronin sank in seine arme er ist der hauptmann der wache kam und wir regen mich jetzt durchsuchen versteckt dass sie rabius höchst geschickt sie überrechte ihm die münzen behauptete die paar sie fallen lassen also aus dem fenster floh hat immer dieses opfer gebracht hat er bereitet sich rabius auf das zweite vor in dieser nacht beraubt er die dame veronique ihrer tugend er beraubte sie mehrmals bis in die frühen morgenstunden erschöpft er befriedigt sich in der morgendämmerung davon der moment was moment das war es ja was was ist das für ein offenes ende das ist ja richtig heute geht hier noch ein buch rein eigentlich müsste noch eins reingehen hier bücherregal aktivieren bücherregal aktivieren bücherregal aktivieren bücherregal aktivieren da ok zehn bücher kann ich noch da reinstellen wort was sagen aus der ganz oben zack sehr schön mir gut dann lohnt sich jetzt glaube ich aber nicht mehr noch was anzufangen würde ich sagen macht's kurz rein bis nächstes mal und ciao ciao